hey leute und willkommen zum ersten info video von 2 heute abend und je nachdem wann ihr schaut es geht mal wieder um mein 450 abo special und da seid ihr gefragt falls ihr interesse habt da mitzuwirken wie was wo was genau es geht darum wie schon vor weihnachten angekündigt ich mache ein video um die schweiz für alle die sich mit der schweiz nicht so auskenne ich werde ein bisschen über die gründung erzählen wie wir schweizer typischerweise so sind vielleicht ein bisschen hinter die kulissen natürlich bankgeheimnis wie wir das ausland sehen auch also ich werde natürlich nichts haten nichts schlimmes erzählen aber einfach nur wie ich das als typischer schweizer so sehe und alles ich bin ja neutral eingestellt politisch wie auch religiös und alles nicht bin völlig unvoreingenommen und ja das erste info video ist schon ein paar monate her ich weiß auch noch ungefähr was ihr mir vorgeschlagen habt unter anderem ich sage noch mal ich weiß schon was ich machen möchte aber ich möchte euch die die gelegenheit geben falls ihr auch noch was wissen möchtet schreibt sie in die commis es geht nicht um mich es geht nichts um mich es geht nicht die müssen nicht fragen was ist mein lieblingsessen was mache ich am liebsten in der schweiz nein es geht einfach um die schweiz an und für sich etwa unsere wie wir das ein und andere sehen ich meine ich habe ja schon vor einem jahr eine kleine serie gemacht ja schweizer wörter deutsche wörter sogar mit österreichischen wörtern was sie bedeuten aber es hat jetzt nichts damit zu tun es geht wirklich wenn ihr was wissen wollt von mir als so genannter typischer schweizer sagen wir es mal dann könnt ihr jetzt das in die commis schreiben und ich werde das dann einbinden ich habe genug gediehen ansonsten keine sorge aber wenn ihr was habt dann schreibt los ich wünsche euch noch einen schönen abend und ich mache mir jetzt das zweite infovideos und ja also danke fürs zuhören wenn ihr wollt schreibt fleißig und sonst ist es auch nicht schlimm ich habe genug ideen gut wünsche euch einen schönen abend bis dann 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 bis Vielen Dank.